so hallo freunde und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich vorletzten dir film dir show von mir mit meinen schönsten momenten die mir so in erinnerung bleiben und ich wollte es mir nicht nehmen und wollte es sehr gerne mit euch teilen viel spaß so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.